ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von classic let's play gta3 ich bin master cyber und zeige euch heute die vierzehnte episode und ja jetzt haben wir noch eine mission bei tony zu erledigen und ich würde sagen gehen wir einfach vielleicht einmal hin aber diesmal vorsichtig nicht dass wir hier wieder auf unserem schicken back verunglücken und wie höflich geht ja ist stellen wir uns ja gleich so ein peri net zur verfügung mehr fast über den menner wir sind doch da nicht so und dann rüber zu tun könnten ich mit 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 der s-bahn zu tun wir können ja wir machen das jetzt einfach ist auch der s-bahnbahn ich weiß es ist sinnlos aber ich wollte es euch mal zeigen wir sind ja da waren wir fahren jetzt s-bahn jungs funktioniert das du schlägt mich einfach ok kommt ich würde jetzt rein es hat man zug wegen den wixern verpasst egal immer nächsten lange dauert und es jetzt müsste kommen hier sieht man schön die brücke die wir kaputt gemacht haben erste mission verzeugt daran erinnern jetzt kommt noch so ein kaufhaus kommt was sie die alles so erschöpft wenn die oben ankommen so ja gucken wir uns unsere schicke brücke an und hoffentlich sind wir weiter drüben in der anderen stadt weil ich will unbedingt dann darüber wo bleibt nie über müsste da ist so wie wir sind steigen wir ganz vorne einfahren können wir sie ja nicht selber uns reinsetzen fahrzeug heißt zug sexy und ja wir setzen sich hin sind ja keine sitzplätze frei irgendwie episch aus traubenhaft richtige reisenbahn romantik bitch stop food stand auf dem stück glaube man beachte wie perfekt die bahn auf deren schienen fährt ohne einmal zu entgleisen und mal f drücken um noch mal auszustellen wollte ich ja noch mal gezeigt haben und jetzt 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 ja gut gehen wir hier runter und das geht man bieten so man blieben oder und die wir fahren mit passant kriegen dafür einen stern und wir holen uns auch mal als lebenspickel ich weiß gar nicht bevor es der leuchter da hinten steht da kann man zwar nicht hin ja aber keine ahnung sieht irgendwie geil aus und schon ist unser stern weg und wir sind gleich bei tony da sind viele gebrachten sind in großer stadt volle bude in die karge deswegen mal geschwein was wir jetzt mit der mission machen zack raus da und meine der geldbote ist unwichtig was hinten auf den zettel steht wir lesen noch vorne genau also er war jetzt noch nicht mal da gewesen wir nehmen diesen kurum mal der fährt sich ein bisschen besser vor allem das ist auch von meinem chef und der die alarme nahe geht an das ist viel zwar oh hier dieser schöner lkw den muss ich euch auch mal zeigen da kann man so kleine minifahrzeuge nehmen und die klingende fahrzeuge jagen zum explodieren klingende fahrzeuge polis polis schnell weg bevor die police kommen man kann mit dem karen hier nicht mehr trifft im karen hier nicht mehr trifft ist das das wir müssen jetzt machen auch hier diese schicke aktentasche das war jetzt wie es würde ich mal sagen ja problem und wir brauchen unbedingt eine waffe vor uns jetzt das man tun und mit pistole kriegen wir von dahinten also eine pistole ist es mindestens mit dem ich jetzt empfangen würde und ja ich habe den krankenwagen geklaut ja es ist mir egal wenn die kinder sterben weil ich den krankenwagen geklaut habe juhu bachsliding so reicht die 255 schuss weiß nicht was du in bord frisst an munition na gut werden wir gleich sehen in dem spiel stirbt man eh öfters das ist wie das man hier irgendwelche ziele auffüllt ja klar ein stern wie ich das mir den sterngelumpel mal aufregt so jetzt überspringen wir die zwischensequenz aber die haben wir ja gerade eben schon gesehen und dann gehts jetzt los oh zwei kranken gut gut er fährt nicht mehr weil die idee ja nicht mehr nehmen wir den nehmen wir den jetzt kriegen wir einen stern ist ja klar ne ne seh ich nicht ein seh ich nicht ein seh ich nicht ein waschmaschinen vor allem hier stehen waschmaschinen was sei die scheiße wie soll man das schaffen naja versuch irgendwann jetzt ist das ding abgeschlossene andere seite aus taxi gibt's kleingeld neu wachsleidigen so ein bisschen mehr taktik diesmal annehmen würde ich sagen das scheiß noch mal nur vor handgranaten werden jetzt hilfreich ich glaube nicht dass die an diesem handgranaten laden liegen ich könnte die kinder da einfach nur vor genau ich fahre mit dem autobus dahin und dann fahre ich die die oben ne nur diese komischen nur parking feuer garage dinge im lebensblick ab na gut wir haben diese mafiakarre ist zehnmal gescheitert so und jetzt nochmals zum freien der bestimmt immer noch nicht da ist wenn uns nur diesen schicken brief hinterlassen hat wir könnten ja auch dieses ne das wird nichts die kann man ja aber jetzt war nicht ganz unseres aber das tut es ja auch bei dem auto kann man schuld griften schön so mit handbremse anziehen und so so die so wenn es ja so so Das war die Nubi Methode. Das bringt das Geld zu Tone. So, wir haben es jetzt auf die ganze Nubi Methode gelöst, aber es war ja nicht verboten. Oh, hier gibt es Drogen, wie war das, ich nehme Drogen jeden Tag, ich nehme Drogen so viele ich mag. Ich nehme Drogen jeden Tag, ich nehme die Drogen, die ich mag, oder so ähnlich. Wir können schneller rein, wie ein Auto fährt, ist doch geil. Lauf mir bis zu Tone. Ich finde die Drogen so geil. Oh, ein LKW. Ja, jetzt haben wir unser Mafia-Auto zwar ein bisschen zerschossen, aber na gut. Ich würde sagen, wir machen gleich jetzt noch eine Mission von Tone, wir haben einmal der Böse. So ein Pfosten. Das Treffen heißt Salvatore. Okay, wenn sie Krieg wollen, dann kriegen sie Krieg. Aber unser Chef macht immer nur noch solche Papyrus Arbeit. Na gut. Wenn Chef meint, das ist richtig so, dann ist das auch richtig so. Jetzt fahren wir schnell hier oben dieses Lebensblick abholen und eventuell noch ein bisschen Munition. Langsam merke ich mir, wo diese Spawnteile liegen. Und dann scheint es mal dieses Mafia-Auto auch permanent hier oben. Dieses andere. Ich finde den Rückwärtsgang so scheiße. Ich will sicherlich einen Mod dafür, dass es besser geht, aber ich will ja nicht modden hier. Ich modd schon so viele andere Spiele. Dann kann man ja wenigstens mal eins ehrlich spielen, oder? Ach, schade war für nicht da. Ich möchte ihn, weil ich noch nicht gestorben bin, oder? Wie ging das? Jumpmaster. Hat die gerade geschrieben, wie so ein Hund bellt? So, jetzt gehen wir hier unserem Freund hin. Zwischensequenz. Lol. Ne Limo. Fett. Stretch. Gab es nicht irgendwie in jedem GTA Teil eine Mission, um eine Limousine mal fahren müssen? Ich glaube schon. Es gab kein GTA, wo man es nicht machen muss. Aber die hat ein relativ gutes Handling. Bin gerade ein bisschen überrascht. Ja. Na gut, mal sehen. Wie lange wir jetzt keine Leute töten müssen, ist es denn jetzt Schilder Mission. Wenn wir nur hier Kurier fahren müssen, aber ich glaube, dabei bleibt es nicht. Ja. Hier geht es halt. Ja, fach laut auf uns, sehr klar. Nicht das Leben. Gruppen. Sooo. Blut auf die Hupe. Das sieht irgendwie aus wie der Typ aus الط includes city. wenn ich das mal gewöhnen darf. Ja, ich weiß, ich fahre jetzt mal in der Kirche ums Dorf, aber... spielt ja keine Rolle. Ich bin ja froh, dass die jetzt hier nicht euch die Punkte abziehen, wenn ich das Ding kaputt vorzumteile. Was sieht denn die eigentlich von vorn aus? Ich will mir die jetzt mal angucken. Sieht fast aus wie so ein Machler. Ah, dann schießen die... Die Cops machen nix, die machen nix. Ich glaub es nicht. Ich glaub es hackt. Sonst ein Parry, ne, steht aber noch da. Unser Boss. Der ist jetzt sicherlich vorn. Auch hinten. Und da kommen noch schon unsere Freunde. Ach du Schande. Ich glaube es kann auch nicht mehr verbrauchen werden. Also. Das ist doch das Verarschen. Lol. Loll. Was soll ich denn hin? Loll. 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 Das ist doch hart mobbing. Okay. Entschuldigung, du hast dich eine gute Frau? Hey, deine Mutter, Gott sei Dank, wird sie zurück in ihr Haus zu sehen, ohne eine Frau. Ich weiß, Papa, ich arbeite. Tony! Wie ist deine Mutter? Sie ist eine gute Frau, du kennst. Sie ist gut. Entschuldigung. Jetzt, du geh in, und ich spreche mit unserem neuen Freund hier. Ich sehe nichts, aber gute Dinge für dich, mein Mann. Okay. Mission erfüllt. 15.000 Dollar und ein neuer Auftraggeber. Und ich bin der Meinung, dass wir jetzt nicht zu seinem Vater erstmal hier die Mission machen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte die Mission jetzt nicht machen. Ich habe doch gesagt... Wir töten uns jetzt einfach. Hier doch ganz einfach. Töten. Mission fehlgeschlagen. Fahrzeug schrauben. Oh, schon gefasht. So. Wollte ich sagen, gehen wir jetzt in unser Safehaus. Und dann speichere ich. Und dann... Wollte ich das Tutorial für heute beenden. Wir sind jetzt auch bei über 20 Minuten mindestens schon. Nicht, dass es sonst wieder zu lang für euch wird. Und ja. Wo ist denn jetzt unser schönes Haus? Unser schickes Haus ist da vorne. Noch ein Stück, noch ein Stück. So, 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 so. Dass ihr auch seht, dass ich wirklich gespeichert habe. Nicht, dass ihr hier sagt. Ich spiele heimlich. Muss mir auch so viel bringen, oder? Basie. Erstmal nehmen. Und dann speichern. Schmutzige Wäsche. Überschreiben. Ja. Und okay. Und ja, dann würde ich sagen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. See ya. Tschüss.